Guten Morgen, ihr Lieben, Chris Hemsche, mein Patrapport bzw. Quatschipungspsychologe, meine Arbeit auf Liebeschiff.de. Heute haben wir wieder eine sehr schöne Frage zu männlicher Polarität und Dating, wie man Sachen handelt. Wenn du auch sowas schicken willst, kannst du aber ein Formular auf Liebeschiff.de machen. Und bis Sonntag gibt es noch den Code SPRING22 auf meine Kurse. Auch Datingkurse, sage ich mal zu der Mail, ganz speziell. Obwohl er es wirklich, soweit ich das auf den ersten Blick gesehen habe, gut gemacht hat, glaube ich. Ja, Nachricht von Ryszkowkolow und er schreibt, männliche Polarität. Moin Christian, ich danke dir für deinen Content und deine Mühen für die Community. Mach bitte weiter so. Nun fix zu meinem Anliegen. Ich bin Anfang 30, hatte in der Vergangenheit zahlreiche toxische Beziehungen und habe retrospektiv erkannt, dass ich wohl auch bei allen nicht in meiner männlichen Polarität war. Außerdem konnte ich mich, wenn ich in Beziehung war, nicht trennen. Meine letzte Beziehung ist rund anderthalb Jahre her. Ich habe Verlustängste durch Verluste in der frühen Kindheit. Ja, aber wie ich auch, man macht auch mal echt den Verlustangst-Kurs. Der ist, glaube ich, auch mit vielen von euch echt weiterhelfen. Es ist eine Illusion. Ich meine, diese Gefühle sind natürlich real, aber du kannst als Erwachsener nicht in diesem Sinne verlassen werden. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, sei denn, du bist todkrank. Aber so normal, sag ich mal, wenn man so normal unterwegs ist, du kannst nicht verlassen werden. Das ist eine Illusion. Das muss man sich immer wieder klar machen. Aber gut, mehr dazu in dem Kurs. Deswegen würde ich, ja, klar, diese Gefühle sind real, aber das sind Reminiscenzen aus der Kindheit. Und ich bin ja, klar, man muss das innere Kind anerkennen und auch mitnehmen. Ich bin ein großer Freund des inneren Erwachsenen, muss ich auch immer wieder sagen. Sich davon nicht ablenken lassen vom inneren Kind, nicht ansteuern lassen. Ja, aber natürlich muss man es mitnehmen und auch würdigen. Das ist keine Frage. Ja, also ich habe Verlustängste durch Verluste in der frühen Kindheit. Meine Eltern waren eher emotional nicht verfügbar. Ich konnte schon vieles aufarbeiten, aber noch nicht alles. Nach der Beziehung habe ich eine Therapie gemacht, bin umgezogen, habe an meiner Fitness gearbeitet. Unter meinem beruflichen Werdegang. Ja, das ist, wie gesagt, Männer müssen immer erst werden. Das ist so. Und Frauen, ja, viele Frauen sind schon mit Anfang 20 so aus verschiedenen Gründen top auf der Dating-Game und müssen da nichts für machen. Aber alles gleicht sich aus im Leben. Kommt dann, die gute Zeit für Männer kommt dann ein bisschen später. Und alles gut. Also ich denke, das wird schön ausgeglichen. Aber gut, dass du was gemacht hast hier. Ja, also Mission ist alles für einen Mann. Ich hatte seitdem zwei eher körperlich orientierte Liebschaften. Eine davon ganz klar Rebound. Und also Trost, Beziehung einer Spaß an der Freude. Mit beiden konnte ich intellektuell nicht viel anfangen. Beide Liebschaften konnte ich beenden, als es zu weird wurde. Ja, super. Glückwunsch. Sehr gut. Trennungskompetenz ist in meiner Welt alles. Um, ja, das Universum auch zu trainieren, dass man irgendwann mal andere Leute geschickt kriegt, beziehungsweise dass man andere auswählt. Macht man vor allen Dingen dadurch, dass man die anderen ablehnt. Das ist wirklich ganz wichtig. Und genau, man muss ja jetzt mal gucken, wie es wird. Und solange es schön ist, ist ja auch alles gut. Aber, ja. Das ist schon ein ziemlicher Erfolg für mich. Absolut. Nachdem ich bei der letzten Schluss war, lernte ich zwei Tage später, herzlichen Dank, liebes Universum, nun jemanden kennen, mit der ich plötzlich intellektuell auf einer Wellenlänge war. Bezüglich Hobbys, Spiritualität und Weltanschauung. Ja, so funktioniert auch das Universum. Du lehnst ab. Du sagst, sorry, Universum, intellektuell nicht interessant für mich. Ist ja auch gar keine Wertung. Heißt aber oft einfach nur, dass es einfach nicht passt. Nee, will ich nicht mehr. Zack, schickt das Universum jemand anders. Das heißt aber nicht automatisch, dass der jetzt das richtige Bindungssystem hat für dich. Das ist tatsächlich oft so, wenn man so durch Datingerfahrungen durchgeht, dass es, bevor es wirklich besser wird, wird es sozusagen, werden die, wird es sozusagen immer subtiler, auch irgendwo auf eine Art immer interessanter. Aber es bleibt immer lange noch, das Universum guckt wirklich, also wenn man dran glaubt, das Universum guckt wirklich, bist du wirklich durch mit toxischen Beziehungen oder willst du nicht, wenn wir noch ein Schleifchen dran machen und noch ein bisschen intellektuelles Salz drüber schütten, nimmst du dann die Frau, auch wenn sie trotzdem vielleicht ein bisschen toxisch ist. So läuft das oft. Sie ist Ende 20 und macht derzeit eine schwere Zeit durch, ja gut, das passt immer wieder bei, für Männer muss ich ganz besonders mal wieder sagen, kein Retterding, kein Retterding, kein Retterding, kein Retterding. Ich erinnere auch nochmal an das Video von gestern. 18 Punkte, um sich aus toxischen Datingsituationen rauszuhalten. Spielt allein, dass du das erwähnst, sagt mir schon, dass das für dich eine zu große Rolle spielt. So, es hat erstmal für die Datingsituationen überhaupt keine Bedeutung und sollte keine Entschuldigung sein, dass sie sich irgendwie schlecht behandelt, auf jeden Fall. Wohnt erst an der Metropole und jetzt wieder recht isoliert auf dem Land wegen der familiären Situation. Wir sahen uns zweimal täglich, schrieben viel täglich und telefonierten ab und zu. Also wir sahen uns zweimal, schrieben viel täglich und das in einem Zeitraum von drei Monaten. Ja, muss ich glaube ich nicht sagen, dass das viel zu wenig ist. Also wahrscheinlich ist sie hot für dich, aber du willst keine Brieffreundschaft haben. Sie wohnt weiter weg und hat gerade nicht viel Geld, um mich öfters besuchen zu bekommen. Treffen bei ihr wollte sie erstmal nicht. Ja, da geht der Scheiß schon wieder los. Nur Probleme, ne? Ich erinnere mich mal wieder an, wie heißt der noch, hier den Prinzen, Prinz Harry und seine, kommen da manchmal nicht auf Namen, aber der hat, Megan, ja, Megan, der hat das Land verlassen. Der hat seine Familie aufgegeben, hat das Land verlassen, hat die Krone aufgegeben. Nein, hatte das nicht, aber alles aufgegeben. Also nicht, dass das, ich persönlich glaube nicht, dass das was Gutes war, also, aber kann man mal sehen, was hohe Anziehung macht so, ne? Und hier haben wir jemanden, ich hätte schon, ich kann ja auch immer wieder sagen, das ist ja auch einer der Ratschläge gestern gewesen, kälter werden, kälter werden, kälter werden, härter werden. Ich würde denken, du kommst nicht zu mir, ich kann nicht zu dir. Am Arsch, am Arsch, ey, wirklich, also, Brieffreundschaft, nee, ich würde immer wieder, auch, sage ich jetzt jenseits, ich würde auch heute die E-Mail mal, nicht so aus so einem toxischen Gesichtspunkt, sondern aus so einem reinen datingen Gesichtspunkt mal analysieren. Ähm, du musst den Leuten sagen, so, wenn wir keine richtigen, ich würde das auch nicht mehr machen heutzutage, so eine, so eine Geschreibsel, ne? Ich würde sagen, so, entweder wir daten, oder wir lassen es, aber wir, keine Brieffreundschaft, weil das machen so viele Leute, dass die, weil das kostet keine Anstrengung, ne? Ein bisschen Schreiben, ein bisschen Ablenkung, Aufmerksamkeit, und ich würde jetzt nicht so sagen, ey, am Arsch, du datest mich nicht, sondern du zeigst es durch dein Verhalten, indem du sagst, hey, wollen wir uns daten, äh, ja, alles klar, dann und dann, und dann schreibst du auch nicht mehr so wahnsinnig viel, ne? Und wenn das nicht klappt, ähm, dann fragst du vielleicht nochmal ein zweites Mal nach dem Date und dann lässt du sie abblitzen, ne? Dann, also nicht unnett, aber dann antwortet man eben erst, äh, später oder einen Tag später und wenn sich dann beschwert, dann sagst du, ja, sorry, ich, finde ich toll, aber keinen Bock auf eine Reifreundschaft, kannst du so sagen, ne? So, klar, ne? Das ist auch männliche Polarität. Ähm, aber soweit ist ja alles, äh, aber gut, das geht ja eigentlich schon bloß, ne? Ähm, von vornherein machte ich ihr klar, wohin die Reise für mich geht. Ja, super, also ich finde sowieso, das ist eher sehr positive E-Mail, glaube ich, weil ich das beim ersten Überfliegen gesehen habe, ähm, sie äußerte sich eher indifferent, worauf man körperlich, körperlich, körperlich mit deutlicher Verlustangst reagiert. Ja, also, wie gesagt, ganz schlechtes Zeichen, wenn man im Dating, für mich ist es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man im Dating sofort Verlustangst auftritt, weil das hat auch immer, hast du Verlustangst, wenn du als Single deiner Wege gehst? Nein, weil du kommst super klar ohne Menschen, Verlustangst tritt immer nur auf bei Menschen, die so hot and cold sind irgendwie, ne? Das ist so meine Meinung. Ähm, oder auf die du irgendwas drauf projizierst in dieser Richtung, das kann man natürlich auch, aber meistens ist es das und, ja, und wenn das so, das ist ein sehr negatives Zeichen, ne? Äh, aber jetzt kann man natürlich, wie gesagt, wir wollen das ja heute mal nicht so mehr aus der polaren Sicht analysieren, es ist schon so, Frauen sind tendenziell, oder Menschen in der weiblichen Polarität, aber sagen wir jetzt mal Frauen der Einfachheit halber, äh, sind eher vage, ne? Und tendieren dazu, ein bisschen vage zu sein und unentschieden, umso wichtiger, dass der Mann dann weiß, was er will, also, ich meine, du willst die daten, aber du sagst auch Indifferenz, no way, am Arsch, ne? Hab ich keinen Bock drauf. Äh, aber das kann mich alles ganz nett machen, ne? Sie äußerte sich zu ihrer Vergangenheit recht schleierhaft, auch, vielleicht nicht unbedingt eine Red Flag, aber kein gutes Zeichen, äh, was wohl auch der digitalen Kommunikation geschuldet war. Ne, das glaube ich nicht. Ich hörte aber heraus, dass sie eher im Minuspol unterwegs ist. Ja, das haben wir uns schon gedacht bis hierhin, glaube ich, ähm, obwohl auch, und wohl sie, obwohl auch einen ihrer Ex-Partner betrogen hat. Äh, also ich sehe mich ja als High-Performance-Coach und ich weiß, das Fremdgehen kommt enorm oft vor. Man sagt ja so, bis zu 50 Prozent gehen wir irgendwann fremd, glaube ich. Ähm, von daher, ja, kann man jetzt sagen, man muss damit leben, dass auch mal irgendjemand fremdgeht und das passiert halt. Äh, wenn man einem da schon aufgebunden wird auf die Nase, bevor überhaupt, ähm, eigentlich irgendwie groß was passiert ist, ist es, äh, auch wieder ein negatives Zeichen, würde ich definitiv sagen. Ähm, weil für mich ist Nummer eins, kann ja jeder anders sehen, für mich ist Nummer eins Eigenschaft bei einer Frau aus Loyalität, ne. Und gut, wie gesagt, jetzt, wenn alles andere passt, ähm, ja, ähm, aber wir jetzt nicht sagen, dass das jetzt, wenn nur das passiert ist, dass das jetzt ein absolutes Ausstoßkriterium wäre, wie gesagt, äh, muss auch mal gucken, dass man nicht zu viele Menschen ausschließt, aber es kommt nicht auf die Positivliste, ne, das muss man schon ganz klar sagen, ne. Vor allen Dingen, wenn das so früh auftaucht, überhaupt als Thema, ne. Also, das ist was anderes, ob ich jemand, meine, ihr seid auch noch jung, äh, also sag mal, wenn du jetzt 50 bist und jemand ist mal mit 22 fremdgegangen, ja, muss man jetzt vielleicht nicht so einen Riesenfass aufmachen oder nicht so wichtig nehmen, aber, ähm, naja. So, ich hatte auch das Gefühl, dass ich nur eine bessere Abwechslung für sie sah, ja, sehr wahrscheinlich. Sie macht mir viele Komplimente. In diesem Zusammenhang auch negativ, weil es passt nicht mit dem anderen zusammen, ne, es gibt so Divergenzen, könnte man sagen. Also, sie sagt nette Sachen, aber sie datet dich nicht, ne, sehr negatives Zeichen, sprich so für Lovebombing. Äh, was ich manchmal als unnatürlich empfand. Gutes Zeichen, wenn du Lovebombing als unnatürlich empfindest. Wenn ich sie darauf ansprach, sagte sie, dass dies ehrlich gemeint sei. Ja, das ist ja noch mehr Worte über Worte. Auch schlug sie vor, was man in Zukunft zusammen unternehmen könne. Okay, jetzt kommen wir ja der Sache schon näher. Beim zweiten Treffen gingen wir gemeinsam auf eine Party und küssten uns schließlich. Gut, jetzt kann man bis hierhin immer noch sagen, also du hast dich klar verhalten in der Polarität, du hast klar gemacht, ey, ich will dich jetzt auch mal sehen. Und jetzt erntest du die Früchte davon. Also jetzt, wie gesagt, aus seltenem Sichtpunkt bis hierhin, außer dass du vielleicht insgesamt schon so viel geschrieben hast. Aber grundsätzlich gut gemacht und du bekommst ja jetzt auch die Belohnung. Sie hatte auch kein Problem damit, dies öffentlich zu tun, vor Freunden von mir. Ja, ist ja spannender zu wissen, ob es das auch vor Freunden von ihr tun würde. Sie blieb nach der Party auch noch einen Tag und diesen verbrauchten wir eigentlich schon wie ein Pärchen. Händchen halten, kuschelnd, auf dem Sofa Musik hören, aber kein SEX. Jetzt könnte er mich wieder schlagen dafür und haten und ich weiß nicht was. Ich finde das nicht, das ist jetzt normal das richtige Wort, ich finde das keinen guten Ablauf. Also natürlich, jetzt bevor wieder alle ausrasten in den Kommentaren, natürlich darf jeder zu jedem Zeitpunkt Nein sagen. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Das ist für mich auch überhaupt keine Diskussion wirklich. Aber wenn du dich küsst, die kommen zumindest zu dir nach Hause und dann gibt es keine Intimitäten, finde ich kein gutes Zeichen. Also, wie gesagt, steht dir frei, das zu tun, aber sprich jetzt nicht dafür, dass jemand völlig offen in einer weiblichen Polarität ist. Warum kommt sie überhaupt mit zu dir? Auch das sind wieder so Divergenzen, dass sie das eine tut und das andere lässt. Also, wenn du zu jemandem mit nach Hause kommst nach einem Date, dann signalisierst du ja, ja, ich bin interessiert am Meer und vielleicht muss es nicht unbedingt an dem Abend sein, vielleicht kannst du auch am nächsten Morgen sein, die waren auch einen ganzen Tag bei dir, aber dass das nicht passiert, wie gesagt, wenn man cool damit ist, aber wenn man zu Liebessucht neigt, es riecht natürlich nach Mauern, das muss man schon ganz klar sagen und Spielchen. Also, ich erinnere mich auch an so eine Dating-Situation, die ich immer hatte, wo eine Frau zu mir nach Hause kam, ja, zum Koch-Date leicht bekleidet und also sozusagen alle Signale auf, ja, hier wird jetzt mehr passieren heute und dann, ja, erzählt hat, wen sie als Mann interessant fühlen, wen sie gerade datet und sozusagen, also Worte, wir haben eine ganz andere Sprache gesprochen, ich finde das, also, hab das für mich beendet, also sofort beendet danach, weil ich hab auch sowas keinen Bock, das sind für mich Spielchen irgendwie und, ähm, weil wenn sie schon weiß, sie will eh nix, ähm, warum dann mit nach Hause kommen, außer für, was du ja schon vermutet, Aufmerksamkeit und, und Gesellschaft, aber nicht das, was du willst, ne. Ähm, sie zeigte sich aber zeitweilig recht kalt und abweisend, ja, noch mehr von dem Gleichen, wegen des, jetzt kommt wieder, wegen des, ist, äh, Anführungsstrichen, Stop-Story, blablabla, interessiert uns nicht, es ist uninteressant, warum. Ähm, also, wegen ihres Verarbeitungsprozesses, ihrer Situation, ja, das sind die Storys, die sie dir erzählt. Leute, glaubt nicht, also, ihr müsst wirklich aufhören, dieses, dieses Ritterding immer durchzuspielen, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Also, du kannst irgendwie irgendjemanden zur Grabe getragen haben und trotzdem am nächsten Tag oder gerade dann Vollpower auf dem Date sein und dich das Lebenserfreuen und das, das ist alles nur ein Laber, 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 ne. Sie äußerte aber, dass sie scheinbar auch, äh, verliebt sei, wieder sehr indifferent. Ja, aber in wen hände ich, oder was? Äh, das ist für mich manipulative Kommunikation, sag ich ganz klar. Weil, das sind wir, Divergenzen, ne. Also, mhm, dass, sie sagt das eine und macht das andere, ne. Und das ist immer kein gutes Zeichen, ne. Ja. So, ähm, als ich hier meine Gefühle offenbarte, ach, lass das doch, keine, keine Gefühle, nein. Das ist für Männer echt nicht, glaub mir, ist nicht gut. Also, wenn, wenn die Frau richtig in Love ist, okay, aber, äh, hier an dem Punkt, wo sie, äh, eigentlich nicht viel beiträgt, nein. Es ist auch die Frage, sind das Gefühle, oder ist es einfach nur, dass so dein Liebeschip reagiert auf diese Kühle, diese Abweisung, hast du selber schon gesagt, dass du sowas kennst, ne. Und auch von ihr schwärmte, nein, tu's nicht, ist auch nicht in der Polarität, äh, in deiner. Sagte sie, das haben meine Ex-Partner auch zuerst gesagt, ja. Und die hat sich wahrscheinlich genauso, äh, zappeln lassen. Ich, äh, beendete es dann vor ihrer Abreise, trotz Gefühlen für sie und sagte zu ihr, dass ich das trotz der Gefühle erstmal auf Eis legen möchte. Wow, gut, hab ich jetzt, zu dem Zeitpunkt, hab ich ja eben schon einmal drüber geguckt, überhaupt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das geht jetzt so weiter. Und zack, du kommst sofort auf die Spur wieder. Genau, richtig. Herzlichen Glückwunsch von mir. Machst du absolut richtig. Wirklich, Sternchen. Ähm, das, was auch immer das ist, momentan einfach niemand von uns beiden guttut würde. Ich schluck vor, den Komplett, Kontakt komplett einzustellen und zu schauen, wie es ein paar Monate so ausschaut. Dann sehen wir uns vermutlich auf Veranstaltungen. Ich liebe das Gefällt mir. Absolut, genau, richtig. Damit rechnet sie auch nicht. Und ich kann dir sagen, damit wirst du, ich meine, die, ich glaube nicht, dass sie dir jemals irgendwann guttun wird. Aber rein aus Dating-Sicht machst du es genau richtig, weil mit dieser Indifferenz steigerst du deine Attraktivität massiv. Und, ähm, ja, ich würde es natürlich wirklich tatsächlich abhaken. Und entweder du datest flockig weiter und mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen in diesem Fall, ähm, wird es sich wieder melden, werdet ihr euch immer im Weg laufen. Und sehr wahrscheinlich wird es interessierter sein als vorher. Das kann ich, kannst du uns ja gerne nochmal schreiben. Aber andererseits will ich dich auch nicht in diesen Kontakt reinreden, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er dir gut tut, sagen wir mal so. Ja, aber wie gesagt, rein aus Dating-Gesichtspunkten, sehr gut. Äh, und wenn da was ist, dann ist da was. Ansonsten halt nicht. Perfekt. Sie willigte ein und sagte, dass sie auch bezweifle, es momentan zu können. Siehst du, es geht schon los, ne? Wie warst du bis mich jetzt? Du willst mir keine Aufmerksamkeit mehr geben. Und, äh, dann muss sie den Einsatz erhöhen, um, um, ähm, ja, um, äh, für dich verfügbar zu sein, sozusagen, ne? So. Ähm, auch sagte sie, dass sie mich nicht küssen wollte, weil sie es nicht kompliziert machen wollte und eigentlich erst mal nur eine Freundschaft mit mir angestrebt habe. Ja, das zeigt für mich auch erst mal, dass es für euch kompliziert ist und dass du bis hier ein gutes Game gemacht hast, dass sie dich trotzdem geküsst hat, ähm, woraus sich ja was hätte entwickeln können. Aber es ist auch wieder Divergenzen über Divergenzen, also, ich finde das eigentlich einen schönen Begriff, der, ich kenne den so ein bisschen aus der, aus, ähm, ach, ist auch egal. Also, es ist einfach, wenn sozusagen, es scheinbar in eine Richtung geht, aber es gibt Zeichen, dass es gleichzeitig in eine andere Richtung geht und das ist kein gutes Zeichen, ne? Also, es ist auch schon wieder ein Blabla, also wirklich, ähm, da würde, du kannst auch einen coolen Scherz machen, ach, du willst mich nicht küssen, deswegen hast du, hast du mich auch die ganze Zeit abgeschlabbert hier, ähm, okay, ja, okay, also James One mäßig drauf reagieren, kommt auch mal ganz gut. Ähm, ich sag dir auch, dass ich genug Freunde habe, ja, genau, ich hab genug Freunde, ich brauch dich noch mehr, äh, und mit ihr was Tieferes anstrebe, würde ich nicht sagen, da gibt's überhaupt keine Hinweise, du, äh, möchtest einfach, wenn du schon jemanden datest, dann möchtest du auch, dass dann zumindest was Körperliches raus wird, warum, darum geht's ja letztlich beim Daten, und, äh, was Tieferes, ich meine, das wird, das schreckt die Garantierte ab, bin ich mir ganz sicher, aber, wie gesagt, ist es jetzt grundsätzlich richtig, dass du was sagst, aus Dating-Gesichtspunkten, ähm, nur aus Dating-Gesichtspunkten würde ich's lassen, das ist immer, wenn der Mann zu früh anfängt mit, das schreckt viele Frauen ab, so, ähm, die noch nicht komplett überzeugt sind, aber, wie gesagt, du musst dich auch gar nicht von dir überzeugen, aber, nur mal so am Rande, äh, ich sag dir darauf hin, dass ich genug, äh, ich bin einerseits, ich bin stolz auf mich, und konzentriere mich weiter auf mein Leben, du kannst absolut stolz auf mich sein, andererseits darauf meine Emotionen seit dem Amok, sie geht mir kaum aus dem Kopf, ja, warum, weil sie ein altes Muster bedienen, weil sie Hot and Cold spielt, ne, deswegen, ich hab das jetzt mal mehr aus Dating-Gesichtspunkten, aber aus Liebeschipp-Gesichtspunkten solltest du echt von der die Finger lassen, ne, und, und, erhalte dich an deinen eigenen Worte, ne, ich hab öfters drüber nachgedacht, ihr zu schreiben, dass ihr mir fehlt, oh, what the fuck, das machst du nicht, bist du irre, Spaß, also, äh, lass es, lass es, die, äh, wenn du sie nächstes Mal wieder siehst, ich finde nicht so, dass wir etwas anfangen, aber, wird sie viel offener sein, dann gebe ich hier Brief und Segel drauf, aber nur, wenn es auch durchzieht jetzt, ähm, ich hab öfters, aber irgendwie denke ich, dass das nun das Unverlass ist, was ich tun kann, ab so fucking lonely, yes, außerdem kann ich mir ihre Gefühle, nicht Gefühle, nicht sicher sein, ja, sie ist garantiert, dein altes Beuteschema, ich möchte mich immer nicht zum Affen machen, ich hab schließlich auch die Entscheidung getroffen, genau, sie war übrigens die Grenze und hat mich seitdem nicht mehr geschrieben, ja, hake es wirklich ab, hake es wirklich ab, das ist echt wichtig, ähm, deswegen kick meine Verlustsagen, so in die Gedanken, naja, die fand ich, die fand ich halt eh nie toll genug, das, also, sie hatte das, dass die hier offensichtlich eine Menge Bindungsthemen hat, das schreit sie ja gerade, und sie fand dich gut genug, um mit dir rumzuknutschen, das ist doch schon mal, ist doch nice, also, mach so weiter, sei polar und es werden sich immer mehr solcher Situationen ergeben, ähm, das ist echt das Wichtigste, offensichtlich zieht mich irgendwas an die an den Bann, ja, dieses Hotting Call, das ist echt überhaupt nichts Besonderes, was vermutlich gar nicht mehr so gesund ist, yes, äh, war das vielleicht nicht der klügste Plan, wir in so Insta Videos zu daten, ja, 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 aber, Gott, das, wir lernen ja ja alle, ne, es versuchen Ehrtum, alles gut, was denkst du dazu, ist das, diese männliche Polarität, von denen alle sprechen, jep, hast das super gemacht, mach ich irgendwas falsch, nee, aber, schreib hier nicht, vermutlich niemand so insta, wie das selten, das wäre natürlich das Beste, in diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, macht den Dating Kurs, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns bald wieder, ciao, Bis zum nächsten Mal.